Das Produktspektrum, das wir hier im Lager handeln müssen, reicht von der Unterlegscheibe und der einzelnen Schraube bis hin zu 10 Meter langen Befestigungsschienen mit einem Gewicht bis zu 140 Kilogramm, die wir insgesamt dann auch zu Sendungen konsolidieren müssen. Wichtig für uns war, dass die Dialoge intuitiv bedienbar sind, einfach bedienbar sind und eine sehr hohe Benutzerführung haben. Ich denke mal, dass das die einfache Bedienung, die die Leute eben an diese Smartphones erinnert, die heute eben jeder Schüler ja kennt. Und ich kann eben irgendeine Aussilfe nehmen, vielleicht einen Zeitarbeiter nehmen, den innerhalb von einer halben Stunde, einer Stunde anlernen. Ein normaler, einfacher Arbeitsschritt, jetzt natürlich nicht im Leitstand. Er wird das weitestgehend fehlerfrei, problemlos machen. Er wird das weitestgehend Beschwingt, jetzt natürlich nicht im Leitstand. Vielen Dank.